In meinem letzten Video, ich blende es dir hier mal ein, ging es darum, wie du Prämien kassieren kannst, ohne das Ausbuchen der Aktie zu riskieren und ich habe dir da einen simplen Trick vorgestellt. Ich verlinke dir das Video hier oben nochmal sehr, sehr gerne. Heute setze ich auf dieses Video an und wir werden diesen simplen Trick, den ich dir im letzten Video vorgestellt habe, ausbauen. Und ja, wir werden ein überhohes Leverage herausholen, wenn die Aktie dann steigt. Bevor wir damit aber starten, du kennst es, wie immer kurz das Intro und der Disclaimer. Ja, das alles, wie immer, du hier nochmal unten dein Disclaimer verlinkt und ich verlinke ihn dir auch in der Videobeschreibung. Nur zu Schulungszwecken, ganz, ganz wichtig, selbst überlegen, bevor du irgendwie nachhandelst. Und das Nachhandeln ist generell nicht empfohlen und es ist hier auch keine irgendwelche Verkaufs- oder Kaufempfehlungen oder ähnliches, so wie du es gewohnt bist. Gehen wir kurz in die Materie herein. Ich will dir heute den simplen Trick, den ich dir im letzten Video gezeigt habe, ausbauen und zeigen, wie du, und dazu teile ich hier nochmal meinen Bildschirm, wie du die Aktie, wenn du sie eingebucht bekommst, nehmen wir an, du hast einen zerbombten Wildwert, wie ich, Pinterest im Depot, der sich da wirklich, ja, um 80% verloren hat, wahrscheinlich vom Höchstkurs aus. Wenn du die im Depot hast, dann ist das natürlich bitter. Und dann musst du natürlich dafür sorgen, dass dir die Aktie nicht ausgebucht wird. Du willst aber nicht nur die Aktie drin liegen haben und hier einfach einen Anstieg haben, sondern, ich habe ja das letzte Mal schon ein wenig gezeigt, dass der Covered Call halt so seine Tücken hat. Im Covered Call hast du halt dann die Begrenzung, das heißt, du wirst hier nicht weiter drüber gehen als bis zu deinem Strike-Preis und dann halt die Prämien noch zusätzlich kassieren, die du durch den Covered Call gekauft hast. Aber wenn die Aktie dann doch explodieren sollte wieder nach oben, da bist du mit dem Covered Call nicht dabei. Deswegen haben wir im letzten Video eine Strategie entwickelt, wie du trotzdem Prämien kassieren kannst hier, da siehst du es, 33 Dollar und auch vom Anstieg der Aktie weiter profitieren kannst. Und ja, die Idee, die stammt von mir, aber von einigen Inspirationen, die ich mir bei Option Trading Pile geholt habe. Also wenn du da auch dabei sein willst, dann komm sehr, sehr gerne dazu. Da gibt es viele, viele Diskussionen und noch viele, viele weitere Ideen drinnen, die hier wirklich extrem spannend sind. Und der Thomas, von dem habe ich diesen Tipp für das heutige Video übrigens erhalten, der sucht noch einen Sparring-Partner für weit mehr. Also er beschreibt es hier in diesem Thread, bei der Threads werde ich natürlich sehr, sehr gerne verlinken. Der Thomas ist ein extrem spannender Typ und wenn du mich mit ihm vernetzen willst und da mehr zu seinen Strategien erfahren willst, dann einfach hier auf sein Profil, auf Option Trading Pile gehen. Auch das werde ich unterhalb verlinken und dann kannst du da alle hierher mehr fern. Also vielen Dank Thomas mal für die Inspiration zum heutigen Video. Also schauen wir nochmal rein. Wir haben hier einfach unsere Strategie, die ich im letzten Video vorgestellt habe, auf die ich jetzt nicht mehr im Detail eingehe. Sprich, wir haben einen Call verkauft, wir haben einen Call gekauft und wir haben die Aktien im Depot. Jetzt sage ich aber zum Beispiel, und wie hier bei Etsy, du siehst es, hier bei Etsy hat es Earnings gegeben. Und das ist so ein typischer Thread, den du zum Beispiel gerade um die Earnings-Zeit ansetzen kannst. Denn da kann es natürlich sein, dass die Aktie sehr, sehr schnell steigt und sehr, sehr schnell in die Höhe schießt. Wie Etsy hier Donnerstag Earnings gehabt, am Freitag nach oben geschossen um gleich einige Prozent, 16 Prozent. Und da bist du natürlich nicht dabei, wenn du einen Covered Call laufen hast. Wenn du dich hier mit einem Covered Call beschränkst, dann bist du bei solchen Kurssteigerungen halt nur zu einem Teil dabei, aber nicht beim Ganzen. Jetzt kann ich natürlich sagen, super, ich habe hier Prämien eingenommen, nehme halt einen Teil des Anstiegs nicht mit, aber den restlichen Anstieg nehme ich wieder mit. Aber es gibt da noch eine bessere Methode. Aber dazu musst du mal zunächst auf Prämien verzichten. Und deswegen ist es eine Methode, die ich nicht dauerhaft anwenden würde, sondern wo ich sagen würde, ja, okay, das ist schon gut, das wende ich schon an, aber eben nur zu bestimmten Zeiten. Wenn ich vielleicht damit rechne, dass die Aktie wirklich tatsächlich explodiert, wie zum Beispiel eben bei Earnings. Und was ich dann machen würde ist, ich schaue mir hier jetzt mal an, wie immer, ich nehme das Video an einem Samstag auf, also die Kurse, die durch eingeblendet sind und die Spreads sind natürlich sehr, sehr hoch. Also das jetzt nicht für bare Münze nehmen, aber ich verkaufe hier einen Pins 30er Call um 60 Cent, März 25. Und ich kaufe um 27 Cent hier einen Call und habe so die Differenz und habe so eben das, was ich im letzten Video genau erklärt habe hier drinnen. Jetzt, was passiert aber, wenn ich sage, ich verzichte auf die Prämie und will daher lieber vom Anstieg überproportional profitieren? Naja, dann ist es ganz einfach, dann sage ich hier, ich verkaufe hier um 60 Cent zwar einen Call, das heißt, am Short Call ändert sich nichts, aber am Long Call, warum verzichte ich denn nicht fast auf die gesamten 60 Cent Prämie hier? Und kaufe mir hier statt einen Long Call, zwei Long Calls. Ich schalte jetzt hier um, damit wir es nachher verkaufen können. Ich scheiße, dieselbe Grafik hier. Ich verkaufe nicht einen um 27 Cent, sondern ich verkaufe zwei Long Calls um 27 Cent. Dieser Error kommt immer, zumindest hier auf Chrome und am Mac, einfach auf Aktualisieren klicken, dann hast du es drinnen wieder. Und ja, jetzt haben wir hier zweimal, ich klicke nochmal drauf, zweimal um 27 Cent hier verkauft, einen Call. Und wir haben noch immer, an dem haben wir nichts geändert, am Short Call, einen Call um 60 Cent. Das heißt, unsere Prämie ist jetzt dann, die ist jetzt Nummer 6 Dollar, statt wie vorher 33 Dollar. Also jetzt haben wir Nummer 6 Dollar Prämie. Das heißt, wir haben in der Prämie etwas nachgegeben. Aber was jetzt passiert, und dazu muss ich hier natürlich das ein bisschen höher machen, ist, dass dieser Anstieg hier jetzt viel, viel steiler geht als dieser Anstieg hier. Und wir werden das gleich in Zahlen vergleichen hier. Schauen wir das Ganze eventuell in der Tabelle an, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu erkennen. Nehmen wir an, die Pinterest-Aktie würde, schauen wir mal hier auch auf die Tabelle, würde auf 48 explodieren. So, 48 habe ich hier oben. Und zum Verfallstag hätte ich dann 3.570 US-Dollar Gewinn. Und wenn ich das mit der anderen Variante mache, und sie würde auf 48 exportieren, hätte ich 1.997 US-Dollar Gewinn. Das heißt, signifikant mehr Gewinn. Warum natürlich? Weil ich zwei Calls habe. Einer amortisiert sich quasi oder ist mit dem Short Call, die sind flat. Aber der andere Call, der läuft mir voll in den Gewinn mit. Und deswegen habe ich hier 3.570 und hier eben dann nur diese 1.999. Also, ich habe es nicht ganz verdoppelt, aber es geht schon in die Richtung. 80, 70 Prozent mehr. Ich habe es mir jetzt nicht ausgerechnet, aber 70 Prozent mehr. Also, alles, was du tun musst, ist einfach zu schauen, hier, dass du wirklich, hoppala, statt einem Call, dass diese zwei gekauften Calls, also um 27 Cent zumindest, diesen einen Call, den du hier verkaufst, finanzieren. Also, der eine Call, den du verkaufst, umgekehrt, finanziert diese zwei Calls. Und damit hast du eben hier einen viel, viel überproportionaleren Anstieg und hast hier, ja, gehen wir nochmal hier auf 40 zurück, eben diese 1.997. Also, das ist was ganz was anderes, als hier, wenn ich hier auf die 40 gehe, da habe ich eben nur die 1.200 Gewinn. Also, ganz, ganz andere Zahlen hier natürlich. Und das ist etwas, was du unbedingt eben zu Zeiten wie Earnings und dergleichen mehr ausnutzen solltest. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, ich habe noch einige spannende Videos auf der Watchlist, dann hier, abonnier doch sehr, sehr gerne den Kanal, würde mich riesig freuen, aktiviere die Glocke, denn da kommen noch einige spannende Videos in Zukunft hinzu. Und ich verlinke dir hier in der Endcard noch ein Video, das du nicht verpassen solltest. In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, mach's gut und viel Erfolg beim Trading.